Ich habe nämlich mir letztens tatsächlich eine Saw-Maske gekauft. Ich finde die total geil. Und was ich auch habe, ist das neue SawX-Media-Book. Und das gucken wir uns mal an. Und ich habe noch ein bisschen andere Sachen von Saw, die wir uns auch mal angucken müssen. Und alter, die sieht schon echt cool aus. Also ich finde die schon echt cool. Ich musste die unbedingt euch einfach mal zeigen. Ich freue mich da nämlich schon die ganze Zeit drauf, dass ich die endlich mal in ein Video packen kann. Und das ist endlich der Fall. Halli, hallo, hallöchen. Heute gucken wir uns SawX an. Und was das Besondere an diesem Media-Book ist. Und an dieser Veröffentlichung. Und warum ich das hier einfach richtig doll gerne hervorheben möchte, das erfahrt ihr im folgenden Video. Viel Spaß dabei. So sieht SawX ausgepackt aus. Und es gibt da nichts zu diskutieren. Es ist der Wahnsinn, wie es geschafft wurde, dass durchgehend Maße, Größe, Optik, Weißton, Rotton, durchgängig über Jahre hinweg, und wir reden hier jetzt nicht nur mal über zwei, drei Jahre oder so, sondern wir reden hier über wirklich Jahrzehnte. Also 20 Jahre wurde Optik, Look und Co. beibehalten. So, dass SawX eben optisch perfekt in die Media-Book-Reihe reinpasst. Das muss ich einfach mal ganz kurz nochmal zeigen. Wupp, falsche Media-Book. So sieht die meiner Meinung nach vollständige Reihe aus. Und wir haben natürlich dann hier eben SawX. Und also Leute, guckt euch das mal an. Wie krass sieht das denn bitte aus? Wir haben wirklich bis zu Jigsaw, haben wir ein Kinowelt-Logo da drauf. Dann geht es zum Lionsgate. Twisted Picture-Logo steht bei einigen drauf. Studiokanal ist bei einigen dann vertreten. LGF bei den ersten beiden. Gut, hier ist jetzt Kinowelt einmal gedreht um 90 Grad. Hier ist es dann unten zu finden. Wir haben minimale Unterschiede von dem Schuber. Also bei SawX haben wir ihn wieder auf der Standardgröße von den ersten. Ich sag mal von 2, 3, 4, 5 und 7. Beziehungsweise auch noch Jigsaw. Aber im Großen und Ganzen seht ihr schon, ist das alles durchgängig gleich aufgebaut. Es gibt minimale feine Unterschiede. Dann gibt es manchmal auch noch den Unrated-Schriftzug. Und wir haben hier an der Seite nochmal das Logo. Je nachdem, was für ein Logo das eben war, wie das vermarktet wurde. Also hier ist es tatsächlich wirklich das Logo von Spiral. Spiral, was allerdings auch sehr hart hier und abgeschnitten wurde. Was ich schon jetzt, wenn ich mir das so angucke, schon ein bisschen irre finde. Egal, reden wir nicht drüber. Hier hat das jetzt nicht mehr so viel mit dem Logo zu tun. Wobei wiederum bei 2 und 3 ist das auch tatsächlich ein alternatives Artwork gewesen. Aber da rutschen wir zu sehr hier in so eine Detailverliebtheit ab. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ist das einfach absolut genial. Kurze Sache noch, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ist denn Saw falschrum hier drin? Das seht ihr ja auch. Das ist tatsächlich ein kleines, wusste ich lange Zeit nicht. Ich hatte lange auch so andersrum drin. Das sieht man auch tatsächlich, denn es ist hier anders vergilbt. Also es ist wirklich krass, wie wenig Licht, aber trotzdem leichtes Licht etwas ausmachen kann. Denn normalerweise war es bei mir immer so im Regal. Und dann hätte es auch, würde es besser in Anführungszeichen passen. Was allerdings mir dann mal gesagt wurde, ist, dass wenn man es dreht, man hier zwar keinerlei Änderungen hat, weil das dachte ich lange Zeit, dass es da etwas zu tun hat. Aber der Saw-Schriftzug ist hier lesbar. Also ihr seht, nochmal zum Vergleich, entweder so im Regal oder so bzw. so im Regal. Wir haben hier bei Saw 1, haben wir auch schon hier einen mit Hochglanz geprägten Schriftzug. Wir haben hier eben, wie gesagt, so ein kleines Fenster. Was bei Saw 2 perfektioniert wurde mit diesem Puzzle, das finde ich natürlich richtig, richtig cool. Wir haben hier schon immer diese Limitierungsnummern drauf. Und das hat sich auch schon so vom Optik und dem Artwork immer so durchgezogen. Da gibt es eigentlich kaum Veränderungen. Das Material fühlt sich eigentlich über die Jahre hinweg auch immer gleich an. Wir haben auch hier sowas schon drin, wie so ein Sägeblatt im Motiv. Und das haben wir dann nochmal bei Saw Spiral aufgegriffen, hier mit der Säge. Auch hier haben wir noch Schriftzug Hochglanz veredelt. Und das heißt, wir haben hier wirklich eine Reihe, die sich über, ich betone es nochmal, jahrzehnt hinweg gleich gehalten hat. Und wenn wir jetzt hier mal uns Saw X angucken, haben wir auch hier so, es ist jetzt keine Säge, aber wir haben jetzt hier so die gezackten Schuber. Blu-ray und 4K UHD-Teil mit 36-seitigem Buchteil, mit 32-seitigem Buchteil. Also auch das ist schon immer so in dem 30-seitigen Buchteilbereich gewesen. Und ja, jetzt gucken wir uns das Mediabook mal an. Den können wir kurz zur Seite schieben, ich habe gleich noch etwas Kleines vor. Das ist das Motiv. Wir haben hier auch eine Hochglanzveredlung. Das ist das erste Saw Mediabook meines Wissens, wo auch nochmal auf dem Cover eine Hochglanzveredlung drauf ist. Und es sieht halt wirklich aus, als würde hier gerade Blut aus dem Mund laufen. Mega cool. Und echt filigran gearbeitet. Also wirklich, wirklich, guckt euch das mal an hier unten. Ganz kleine Sprengglanzur und die sind wirklich perfekt dezent getroffen. Wir haben hier so eine Sägeblatt mit Schweinekopfmaske, Billy, Schloss, Totenkopf. Ich glaube, das sind alles so kleine Hinweise auf die Fallen könnten das sein. Wir haben hier eine Hand. Hier die Bairtrap. Das hier sieht auch aus wie die Reverse Bairtrap. Ja, also so sieht das Ganze aus. Finde ich ganz typisch gemacht. Wir haben hier unten Studio Kanal Lineskate. So sieht es am Spine aus. Auch hier nochmal Lineskate Studio Kanal. Und wie hier schon auch nochmal gezeigt, eben das Motiv. Auch das ist... Ist das auch Hochglanz? Das ist keine Hochglanzveredelung, aber bei SawX ist es drauf mit diesem Spottlack. Hinten... Oh... Hinten drauf ist Blanko. Das hatten wir, glaube ich, bei Saw Spiral auch schon. Saw Spiral. Da können wir nochmal den Vergleich ziehen. Hier ist auch nur wirklich der Titel, wie gesagt, mit Hochglanz. Und ja, auch relativ leeres Backcover. Das haben sie damals tatsächlich anders gemacht. Egal, ob wir jetzt auch Saw II nehmen oder so. Also hier haben wir wirklich diese... Nur mit den Fingern und hinten nochmal was drauf. Was ich tatsächlich doch schon ein bisschen cooler finde. Also meiner Meinung nach könnte man ruhig auch das Back-Artwork voll drucken. Egal mit was. Ob das jetzt hier eine Falle wäre oder ein Jigsaw-Motiv oder was weiß ich nicht was. Oder ein Billy. Hätte man was drauf drucken können. So finde ich es schon etwas sehr langweilig. Aber wir haben natürlich auch hier wieder Studio Kanal Lineskate. Das heißt, wir haben das insgesamt 1, 2, 3, 4... 5, 6... Ja, wir haben auf diesem Mediabook, wenn man es quasi vor sich liegen hat, findet man 6 Mal, bevor man es öffnet, überhaupt die Logos aufgedruckt. Das ist natürlich auch wichtig. So. Saw X. So sieht die Disc aus von der Blu-Ray. Auch hier haben wir nochmal das Motiv mit dem Sägeblatt und diesen Fallen in Form von so einer alten Rune. Oder wie auch immer das ist. Das ist so Steintafel. Ich habe keine Ahnung, wo war denn sowas? Bei den Azteken oder so? Vielleicht sowas in die Richtung. Dann haben wir hier John Cramer, um den es ja auch hauptsächlich geht. Und kein richtiges Bild hinter dem Tray. Beziehungsweise es ist so ein großes Bild und perfekt eigentlich gelöst. Wir haben hier John Cramer und hier ist dann einfach quasi weniger drauf, dass man nicht irgendwie was verpasst. Oh! Und eine richtige Pappe. Also richtig dick. Das ist so richtig wie so ein Buch. Du schlägst hier wirklich eine... Hör euch das mal an. Also das ist wirklich eine komplette Pappe. Das ist hier wirklich wie so ein Buchteil. Saw X, ein Film von Kevin Greuth hat. Und Seitenzahlen sind unten drauf. Und wir haben ein Text-Bild-Verhältnis. Ich würde sagen, zwei Drittel ist Bild, ein Drittel ist Text. Aber auf jeden Fall jetzt hier nicht irgendwie einfach nur so Larifari, zwei, drei Sätze abgedruckt und ganz viele Bilder, sondern wirklich ein bisschen mehr. Ein bisschen was über den Film, Hintergründe. Aber doch, finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall vernünftig. Also es ist genug Text auf jeden Fall. Und man hat wirklich hier das Gefühl, man liest ein Buch, wenn man jetzt hier so durchblättert. Optisch ist das Ganze auch ganz schön. Also wir haben eine ganz einfache weiße Schrift. Rot als ein bisschen mehr Details drin. Und Artwork-technisch und von der Farbgebung ist das Media Book schön, sodass es eben durchgehend passt, ohne zu bunt oder hektisch zu wirken. Am Ende nochmal Crewencast und was über den Autor, Tobias Hohmann. Und nochmal ein Artwork-Motiv von Billy. Plus natürlich das berühmt-berüchtigte Kinoposter schon zu Saw X mit der FSK 18-Freigabe. Für mich tatsächlich übrigens immer noch eine krasse Sache, dass der mit einer 18er-Freigabe so durchgekommen ist. Ich hätte es also, es war für mich irgendwie auch klar, eine Spio oder Ungeprüft oder sonstiges wäre utopisch gewesen. Aber schon deutlich härter als eben Saw 1, Saw 2. Geht stark nach oben mit der Gewalt auf jeden Fall. John Kramer ist zurück. Inhaltsangabe haben wir hinten drauf auf dem Schuber. Ein paar Pressestimmen-Extras. Da sind auch einige Sachen dabei. Hier unten nochmal die 18er mit Gewalt und Verletzung. Und eine sehr niedrige Nummer. Nummer 38 haben wir hier erwischt. Wobei ich sage, das verstehe ich nicht so ganz. Wir haben, auch wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei Saw Vollendung, haben wir hier zum Beispiel eine 5-stellige Nummer. Hier haben wir wirklich tatsächlich eine 4-stellige. Ich weiß jetzt nicht, ob die Nummer irgendwann noch weitergehen würde zu 5-stellig oder 6-stellig. Aber es scheint, so würde ich zumindest das erstmal sagen, dass maximal eine Auflage von 9999 Stück gedruckt wurde. Auch da, falls jemand eine höhere Nummer hat, darf er mir das sehr gerne sagen. Und falls jemand eine richtig, richtig heiße Nummer hat, also die 666, die 1 oder was weiß ich nicht was, irgendeine Sondernummer, bitte, bitte, bitte dürft ihr mir sehr gerne schreiben. Auch bei anderen Saw Media Books. Da bin ich voll offen für etwaige Angebote, sage ich mal. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt nochmal ganz kurz, um meinen Anfangssatz abzuholen und so kurz zu überprüfen. Ich habe gesagt, ich finde es sehr erstaunlich krass, dass wirklich eine Reihe angefangen wurde und sich meiner Meinung nach Gewicht, Optik, Haptik nicht groß unterscheiden über die Jahre. Und das möchte ich gerne überprüfen. Und das tun wir jetzt mal. Dafür habe ich was mitgebracht. Eine sehr genaue Nullkommastellenwaage. Und wir fangen an. Das Saw X Media Book hat ein Gewicht von 0,294. Saw ist bei 292 Gramm. Der Schuber wiegt hier damals 0,14 und der neue wiegt 0,16. Also das sind die zwei Gramm wohl mehr. Und ihr seht aber auch, dass er eben deutlich größer ist. Jetzt gucken wir uns das mal von der Dicke an, weil auch die Maße haben sich meiner Meinung nach nicht groß verändert. Und das ist eine Sache, die ich auch sehr, sehr geil finde, dass es eben im Regal gleich aussieht. Also es sind zwei Zentimeter und auch hier haben wir zwei Zentimeter. Es ist einfach komplett. Es ist wirklich, wir gucken uns das mal jetzt genau an. Es ist echt krass. Es geht, wenn ich es ganz genau fühle, geht das hier, das Saw X Media Book ist vielleicht 0,000 Millimeter. Ein bisschen länger, aber das ist so krass gleich. Irre, irre Leute. Also dass das hinbekommen wurde, feiere ich extrem. Und das ist jegliche Mühe, Belohnung und Lob wert. Und deswegen an dieser Stelle großes, großes Lob an den Studio Kanal. Vielen Dank dafür, dass ihr das möglich gemacht habt und durchgezogen habt. Fürs Regal ein absoluter Augenschmaus. Und ich liebe das. Ich liebe es, identische Saw-Veröffentlichungen im Regal stehen zu haben. Ich finde, das ist immer eine sehr schöne Sache. Das sieht man auch, ob es jetzt bei diesen Veröffentlichungen Media Books ist. Oder sei es bei den White Keep Cases. Oder bei den, also bei allem. Egal wie. Es sieht einfach geil aus. Und diese beiden Dinger werden ganz, ganz zeitnah übrigens verlost. Denn ich sitze hier gerade an einer geilen Saw-Retrospektive. So einen kleinen Recap. Und ich habe hier noch einiges vor. Es kommen noch ein, zwei Saw-Videos. Und dann ist aber auch wieder Ruhe. Bis zum nächsten Teil. Ihr dürft mir gerne schreiben, was ihr von dem Film haltet. Ihr dürft mir gerne schreiben, was ihr von dem Mediabook haltet. Was findet ihr geil? Wie sagt, was sagt ihr zu den Maßen? Was gefällt euch hierbei? Was gefällt euch vielleicht nicht? Meine einzige Kritikpunkt, auch ganz kurz abschließen. Aber das ist wirklich minimale Kritik in dieser Stelle. Ist halt echt. Man hätte halt hier hinten was draufdrucken können. Und die beiden Logos hätten auch entfernt werden können. Ich glaube, viermal hätte das Studio-Kanal-Logo auch gereicht. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.